Hey Leute, herzlich willkommen bei Wissenswert und heute haben wir für euch die verrücktesten Twitch-Stream-Fails. Diese Streamerin wollte sich gerade einen Greenscreen aufstellen, doch das war wohl etwas schwerer als gedacht. Das hat mich wirklich aufgerufen. Das hat mich ausgerufen. Oh mein Gott, das ist zu viel. Oh mein Gott, das ist zu viel. Er wollte doch nur mit seinem Motorrad durch Los Santos fahren, doch dann passierte das. Natürlich haben wir auch ein Video mit einem Live-Ausraster. Allerdings einer der milderen Sorte. Beim nächsten Ausraster kann man das nicht wirklich behaupten. Ihr Freund ist einfach nicht happy. Wirklich so gar nicht. Kommen wir zum Livestream-Klassiker. Super cringigen Streams von Spiele-Conventions. Ich hoffe, ihr unterstützt sie. Ja, ich unterstütze sie. Ja, ich unterstütze sie. Ja, ich unterstütze sie. Also, möchtest du dieses Event? Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Ich bin sehr gespannt. Willst du hier den zweiten Tag sein? Ähm, was? Willst du hier den zweiten Tag sein, morgen? Ähm, ich weiß noch nicht. Ich hoffe, ihr werdet. Ich hoffe, wir werden es wieder nutzen. Diese Streamerin denkt, sie würde, naja, etwas stinken und reibt sich einfach spontan mit Deo-Tüchern ein. Ich denke... Ich habe vergessen, was Deodorant aufzunehmen. Ist es etwas schlechtes, als Blut auf ihre Armpitzen zu stellen? Was denken Sie? Ich bin stinkig. Oh, das ist besser. Was? Alles du siehst, ist eine schöne Mädchen. Oh, danke. Er denkt wohl, er kann es schaffen, die ganze Flasche Wasser innerhalb von einer Sekunde zu trinken. Doch natürlich geht das nicht gut aus. Okay, Leute. Hier. Und noch der letzte Clip. Wir hoffen, euch hat diese kleine Compilation gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut und haut rein! Ich liebe es!